Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Call of Duty Modern Warfare 2 mit einknackenden Framerate. Ja. Und die gehen richtig in den Keller, wenn da auf einmal ein bisschen Bewegung reinkommt. Wirklich jetzt? Sagen wir's so. Ich hab dich gesehen, hab dann drauf gedrückt und dann wollte er trotzdem nicht schießen und ja. Deine FPS-Zahl? Grad 20. Oh. Zwischen 20 und 25. Aber ich guck mal, wie es noch wird. Ab und zu geht's dann auch auf 30 hoch, aber das ist auch nur, wenn ich mich irgendwo hinstelle. Für ne Kurzzeit bleib. Einfach mal testen. Ja. Und du hast auf jeden Fall Ping-Vorteil. Auf jeden Fall. Soher gesagt, Framerate-Vorteil. Na, mach grad grad sagen. Leu. Okay, da hab ich dich jetzt nicht gesehen. Das war ein bisschen Fell. Bisschen, ne? Bisschen, ne? Bisschen, ne? Und der kleine Batik ist schon wieder am Nubeln. Und ich werd jetzt diese Folge noch mehr Nubeln, dank meiner Framerate. Einkind schaffst du, Einkind schaffst du bestimmt. Und das hoffe ich. Einkind werde ich dir auch überlassen. Und sonst wär's peinlich. Wow. Ja, es ist so schön mit so Lapping-Scheiß-Framerate. Aber sagen wir jetzt so, ich denke mal, wenn ich anfange zu schieße, geht gar nix mehr. Ja, schieß mal so. Einfach mal so. Äh, mach ich aber mit irgendeinen anderen. Okay, geht noch, geht noch klar. Mein Aiming ist zwar ähnlich, der geilste, das weiß ja jeder, der... Fuck you. Der das sieht, aber, naja. Alter, weil du sparkst, spark ich gerade auch. Ich werd dann immer geteleportet. Ja, dat liegt wegen... Weil ich da gerade das Internet voll auslaste. Ja, ich weiß, dass du mich gesehen hast. Nein! Warte, du bist ein scheiß Geschütz. Vernichtet hab. Alter, spott direkt vor mir und ich renne los, ey. Das war fies. Ich war fies. Das war gemein. Nein! Jawoll. Da war ich zu langsam. Ja, genau so will ich dat. Was ist dein Handy irgendwie in der Nähe? Nein, gar nicht. Oh, okay. Jetzt, ne? Jetzt, jetzt ist Ando. Jetzt kannst du das liegen lassen. Jetzt ist das, äh, kre-ge-ge-ge-ge-ge. Ich war jetzt, weil ich das jetzt gerade wirklich in der Nähe. Da-da-da-da-da-da. Ich kämpfe nicht, ich warte gerade. Ah, ach so, ja. Tent man ja, ne? Wenn ich zwei Sekunden in der Nähe bin, dann sagst du, ich bin Kämpfer, ne? Ja. Nein, nicht auch natürlich. Ja. Nein, ich glaube wirklich. Weiß ich. Hast mich gesehen, ne? Hä? Nein. Nein, ne? Hast du auch nicht. Ah ja, da war wieder mein Premium Aiming. Echt? Oh, mein Geschütz ist kaputt, scheiße. Wollte ich gerade vernichten. Ich hab die falschen Grenades drauf. Hörter, Witter. Großempfindigkeit wird da ruhig krankhaft eingeprächtigt, ey. Die Framerate. Ja, bei mir, selbst bei mir wird es spackt, das, weißt du. Loll. Kommt dir von hinten, ey. Weil ich teleportiert werde hier. Weil ich teleportiert werde, ja, das weiß ich. Daran, da ich meine, mein PC grad voll auslaste. Ah, okay, ich hab grad mal geschafft, einen Schuss abzufeuern. Und der ging gegen die Wand. Ja, ich weiß. Ach ja. Ja, das ist ein bisschen heftig. Äh, ein bisschen fies die Runde, weil du jetzt, äh, einen kleinen Nachteil hast. Alter, entsteht doch nur 1-10. Ist doch nix. Aber dafür, dass ich schlechtere Bedingungen hab, geht halt noch. Ja. Und ich hab gleich keine Muni mehr. Oh, hast du gleich keine Muni mehr? Ja. Nein. Oh. 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 Du bist tot. Oh. Ich bin ein Wartner. Ich hab dich gewartet, guck doch. Ja, hab ich schon weggesprungen. Ich hab wieder eine Konterdrohne. Wie willst du denn ne Konterdrohne haben? Du hast eine. Achso, ne? Ich hab... Nein? Ach ja, komm. Du kannst mich aber gar nicht gesehen haben, du Schwuchte. Ja, Sprinten und dann... Noll! Du hast... Spray, 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 Spray. Zwei Magazine. Alter, ich hab alles daneben gemacht. Ich hab auch gesprayt, ich hab auch gesprayt. Ein bisschen hast du getroffen. Ja. Wenn dich das glücklich macht. So, ich geh jetzt mal auf... Ich mach jetzt mal kurz einen Varta. Ja, weil Kämper gibt's ja bei dir nicht. Nee. Das sind ja nur Varta. Ja, da war ich wohl nicht, ne? Nee, da war's ja nicht, schade. Nein, Varta sein ist langweilig. Das wird für dich zu langweilig. Varta sein? Ja, und bei dir gibt's ja keine Kämpfer aus. Ich bin der Varta. Oh Gott, ey. Du, 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 du anzustellen man muss so gerne mal zu haben das zeigt dich Prozent erkennt sich was ich hab jetzt schon ein paar Folgen mit dir Gott aufgenommen die Bündung wird er die jetzt mal mehr kommt mich hinter dir okay guck ich ja schon ab damit kannst da da er hat er nicht gut mit 1 Geld ab hier vorbei ach du hast in der Ecke errichtet ach die Leute natürlich hat 4 Schuss auch so viel ja der erste Kill mit der Waffe war einfach nur so gar nicht munitionsaufreibend gar nicht viel gekostet ja du kannst mir auch gerne direkt verraten wo du bist mit der 3 Schuss Waffe mit der 3 Schuss Waffe 3 Schuss Waffe Mama guck mal wenigstens in 3-4 jetzt dann läuft doch mhm ach ja fuck you was denn bist du jetzt da runtergesprungen oder nein nein ich war da an der Treppe guck doch wenn ich dich Killfragen sage dann heißt das ich hab dir Ding schon übersprungen ach so weil schon Reaktionsbewegung ist bei mir gekillt 11 und da das so häufig passiert weißt du ja dass das schon ziemlich kranker Gewohnheit wird ja ja das weiß ich was bei dir nein ich sterbe ja nicht viel nein also wenn einer wenig stirbt dann wohl du boah war die schlecht ey scheiße oh Gott war das peinlich na er steht da in der er wartet da in der Ecke ich hab wirklich gewartet ich hab wegen der Granate ich merke es euch so ah gehst du mal zurück wartest du da wartest du mal ok das war jetzt wirklich gewartet das war jetzt wirklich gewartet scheiß warte so jetzt warte ich mal hier ne das war gerade wirklich gewartet lol fuck dich ich bin treibst du doch noch mal mit deiner Mutter wenn du Bock drauf hast ne oh deine Mutter ja nein also sagen wir so die einen Kugeln ging links an dem Türraum und die anderen Kugeln gehen rechts an den Kissen ach so ach so also die sind tot wenn sie lebendig werden ne ja trio ne na na Prozent die Reiter jetzt ich komme durch die große Töne nicht durch m ja da hat er mich schon wieder gefunden irgendwie ich hatte die WG, jetzt habe ich die WG nicht gefunden, jetzt habe ich mich konzentriert mhm, damit ich mich am besten killen kann mhm, ich warte nur mhm wenn du dich umdrehst ja, und ich dich fick mhm guck mal einmal aus dem Fenster, wen sieht man das war nicht nett ah, auch gut ich drücke W, also nach vorne laufen langsam, langsam, langsam mhm, da guck mal einmal aus dem Fenster und wie sieht man haha ey, meine, ich halte weh gedrückt und ab und zu habe ich eine Sprintfunktion achso ich bin standard langsam und ab und zu, wenn die Frames ein bisschen höher gehen, werde ich schneller achso da, da, da daa da daa Ich frage schon, wenn ich genug Geld zusammenhabe und eine Terabyte-Festblatt habe, ey. Freue ich mich, ne? Ja, du hast eine Terabyte und noch mehr, oder? Ich habe jetzt gerade eine 500er drin. Aber da ist auch nur noch 265 frei, wenn jetzt keine Aufnahme ist. Jetzt gerade müsste ich vielleicht noch ein paar Gigabyte haben. Achso. Ein paar Gigabyte, Mami. Hast du mich gesehen? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, Mama. Okay, jetzt komme ich. Alter. 25 FPS und ich bewege mich wie ein Haufen Scheiße. Was meinst du, als er bei mir mit 19 war? Sehr gut. Ja. Aber bei dir war das Premium. Ja, das war ganz toll. Ja. Nur weil ich das war, ne? Ja, klar. Bei mir ist das schade, bei dir ist das egal. Bei dir sind sogar drei FPS noch gut. Ja, deine Mutter ist bei drei FPS gut. Ja. Na, ich habe dich gesehen. Komm da raus. Kuckuck. Kuckuck. Du weißt ja nicht, ob du da hinten stehst, aber einfach mal. Einfach machen, Alter. Mein Rücken ist nass. Komm da raus. Komm da raus. Komm da raus. Da. Raus. Hallo. Hier bin ich. Ich weiß, da. Da. Ja, da. Da. Nein. Headshot. Das war bestimmt so, richtig schöner Lackershot. Ne, wart nicht. Ne, wart nicht schön. Das war, dauert es hier, genau gucken. Ja, gut, da kommt er mit dem Kopf raus. Okay, ja. Ja, und? Genau wie der hier, ne? Genau wie der hier, Mama. Schicksal, siegelt. Ja, nein, nicht am Leck. Nein, Quatsch. Als ob das am Leck wäre. Ich gehe ans M.G, Mama. Deine Mutter. Ach, ja. Ich dachte, schön, du. Sehr schön, Mama. Eine Runde Patrick töten. Komm, in den gelben Raum da, wo die Wanda durchbrochen ist. In welchen Gelben Raum? Da. Da, wo ist das, da so circa. Irgendwann, der irgendwie so gelb beleuchtet ist, so Stromkästen, glaube ich, sind da an der Wand. Und ganz viele Kisten, Vorratskisten. Wo auch, glaube ich, die ganzen C4s an der Wand kleben. Gelben Raum. Ist das jetzt in der Waschmaschinen? Nein. Ach, fäng dich. Ich weiß da nicht, wo der Raum ist. Leck mich. Wenn du weitergehst, dann da an den Links. Wahrscheinlich weiß da nicht. Ja, natürlich weiß ich das. Ich wollte dich doch kleine Lopperdor auf dem Dach da hast töten. Die Zeit wird knapp. Mama, knapp. Ja, Granaten werfen sie es immer schon, wenn der Gegner vor dir steht. Drei, zwei, eins und 25, fünf. Und du hast noch einen Kill gekriegt. Warum? Weil er hat geschützt mich noch geboomstert. In der kurzen Zeit. Das ist ein bisschen leiser. Wenn man nicht mehr weiß, dass da der geschützt ist. Kommt drauf vorne. Ja, würde ich nur sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Und scheint noch zu mir ist wieder einmal. Jetzt wieder ist wieder ein Let's Play. Call of Duty Modern Warfare 2. Mit eurem Dustin. Tschüss. Und eurem Patrick. Ciao. Tschüss. Mit Besseren Frames. Tschüss. Tschüss.